Och man, ich will einmal gewinnen jetzt. Was gibt es denn als nächste Belohnung hier? Claymore. Dragonfly lässt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja die haben das hier wahrscheinlich geklärt vielleicht liegt hier noch irgendwas geiles so dass ich feuersturm episch habe das wäre natürlich big das liegt ja noch wenn es oder erdbrecher du hast uns dann ist auch geil und auch den feuersturm da oben sind wir in die litte gekehlt ich muss trinken ich war fast da das ist die ardenwald fähigkeit ich glaube sonst fein sieben teams noch das ist unsere runde jetzt wir sind level 9 da unten level 6 ich glaube ich lauf da voll rein die scheiße ist das bei dir? ne ok waren wir beide schon ach hier 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 oben hier oben hier oben bei mir steh mit der kette schön die achse auch epic habe ich schon oh vanish sehr gut fünf teams noch so können wir nochmal was holen hier was ist das denn hier? so so das sind so ne Frontals die Slogan glaub ich ok so was dann ich defensiv diesmal der ist ja auch weg da hinten ist irgendwas gepult worden der hat sich gerade gemoved zumindest ziehen wir noch blicken auch nicht mehr so viel da hinten ist einer vielleicht kommen die noch rein hier jetzt noch mal lieber voll ich habe drei epische jetzt und eine blaue glücklicher ich habe nur blau aber gute defensives eigentlich da hinten liegt auch noch viel episch ja hier falten die hier falten welche level 8 brauchst du hier links noch irgendwas für episch und lass mich mal schnell gucken Feuer Storm Upgrade Perfekt liegt da noch einzufällig? diese Erzbrecher in episch und die Mana Sphäre ich glaube ich nehme die Mana Sphäre anstatt die das andere Ding da wird auf jeden Fall jemand getötet da sind noch drei Teams gegen die wir kämpfen müssen hier da hinten und hier vorne noch einmal die kleine Chess hier oh hier sind zwei Level 8 da ja wir müssen es auf Mimi ja let's go Alter gar kein Problem oder was Big Axt wo ist er hin? da ja und Big Axt das ok Big Vanish Upgrade nochmal oh Arden Waldecker den take ich auf jeden Fall ich weiß nicht was es bringt ist es ok ich glaube wir haben guten Level Vorsprung da sind sie das ist das letzte Team ja ich halte mich nochmal voll die sind 8 ja lass rüber da lass den 8 als erstes töten der andere ist 9 ja wir kennen die ja ich dürfte den Kuh nix einmal ran jetzt und Axt Feuerwirbel Feuerwirbel aufpassen du bist gleich dead ich verpiss mich ich verpiss mich nice 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 jungle ah nice sehr schön ich will nicht raus ich will das genießen ja 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 ja